Hallo, mein Name ist Marc Vogler von Wuttmeiser Deutschland und heute zeige ich euch die neue LT40 Wide, die mit ihrer größeren Schnittbreite für noch mehr Möglichkeiten sorgt. Mit der LT40 hat bei Wuttmeiser alles angefangen und in mehr als 30 Jahren vielen Menschen neue Wege ermöglicht. Ab sofort gibt es die LT40 auch mit Breitrimmsägekopf. Mit der LT40 Wide lassen sich größere Rundholzdurchmesser noch einfacher bearbeiten. Das hydraulische Stammhändling erleichtert die Arbeit und sorgt für eine hohe Produktivität. Durch die vielfältigen Möglichkeiten in Schnittlänge und Hydraulikausstattung stellen wir Ihnen gerne Ihr individuelles Sägewerk zusammen. Bereits im Standard enthaltene elektrische Höhenverstellung, elektrischer Vorschub, elektrischer Bannführungsarm und Schnittstärkenrechner sorgen für Komfort beim Sägen. Die schmalen Sägebänder von Wuttmeiser mit nur 2 mm Schnittfuge sorgen nicht nur für eine höhere Ausbeute, sondern auch für niedrige Betriebskosten. Viele Säger nutzen für die Aufarbeitung der Sägebänder unseren komfortablen Schärfdienst. Der maximale Rundholzdurchmesser, der auf der LT40 Wide bearbeitet werden kann, beträgt 1 m. Die maximale Schnittbreite zwischen den Bannführungsrollen liegt bei 84 cm. Das sind 12 cm mehr als auf der LT40 mit Standardschnittbreite. Außerdem wurde die Bannführung verstärkt und die Einstellung des Bannführungsarms erleichtert. Die LT40 Wide ist mit einem 18,5 kW Elektromotor ausgestattet. Optional gibt es die LT40 Wide auch mit einem 38 PS Kohler Benzinmotor. Den LT40 Wide Sägekopf gibt es auch für die mobile Version mit Fahrwerk. Die LT40 Wide wird fertig montiert versandt. Gerne geben wir Ihnen eine kleine Einweisung für die ersten Schritte mit Ihrem Sägewerk. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf woodmeiser.de. Rufen Sie uns an oder kommen Sie einfach vorbei. Rufen Sie uns an oder kommen Sie einfach vorbei.